Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer himmlischen Ausgabe von diesem Spiel. Der Shuffle ist da, alles klar. Und lasst uns alle in diesem wunderschönen Spiel die Herzen aufgehen. In diesem himmlischen... Seht ihr das? Das ist Freude. Das ist Energie. Das ist Sparta. Kann ich da eigentlich drauf? Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Seht ihr, man kann alles schaffen, wenn man es nur will. Wenn man ein reines Herz hat und wenn man die Steuerung halbwegs versteht. Also ich spiele ja ein Spiel, wo ich im Prinzip hier immer von A nach B springe. Und das war's. Mehr machen wir nicht, aber mehr brauchen wir auch nicht, um glücklich zu sein. Denn wie einst Platon schon sagte, Immer wenn etwas Schönes aus deinem Leben verschwindet, ist etwas Besseres längst auf dem Weg zu dir. Und nach diesem Motto... Habe ich es jetzt nicht geschafft? Nach diesem Motto... Leben... Und springen wir. Wir springen, weil es gut tut. Weil unser Herz... Entschuldigung, ich habe gerade Eier gegessen. Hängt mir noch so der Schnodder am Hals. Weil wir glücklich sein wollen. Weil wir es können. Und ihr seht, ich habe 25,8% geschafft. Das kann ich nur mit der Hilfe der positiven Energie. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das Ziel dieses Spiels ist. Ich springe einfach mal weiter. Denn was ist das Leben schon? Ja, wir springen von A nach B, ohne eine Anleitung zu haben. Denn die Anleitung sind wir. Wir, liebe Freunde, wir... Ich habe es schon wieder geschafft. Wir sind die Anleitung. Die Anleitung des Lebens gibt es nicht. Ihr seid die Anleitung. Und ihr seht, wir springen hier von A nach B. Und es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass wir diesen Moment hier zusammen erleben. Boah, 50,6%? Ich glaube, das Spiel ist gleich vorbei. Aber das wäre ja auch nicht schlimm. Denn wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Und wenn wir uns ehrlich fragen, ist es doch genau das, was wir wollen. Eine schöne Zeit auf dieser Erde. Eine schöne Zeit mit unseren Freunden und Verwandten. Eine schöne Zeit in der Kirche. 75,3! Hey! Woo! Geil! Und jetzt? Ah, ich muss dahinter springen. Seht ihr? Mein Instinkt sagt mir, wo es lang geht. Denn auch ihr wisst, wo es lang geht im Leben. Ihr müsst bloß eurem Herzen folgen. Beziehungsweise den Sprungfaden, die wir ja haben. Aber euer Herz bringt euch dahin. Und das Spiel ist vorbei. So wie es aussieht. Wobei, warte. Oh. Okay. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön im Himmelreich? Frage ich euch. Ah, die bewegt sich. Ist es nicht schön, diesen lieblichen Klängen zu lauschen, um dabei völlig losgelöst an das zu denken, was wirklich relevant ist im Leben? Oh, nein! Okay. Ah, das ist... Hey, das war richtig. Das war richtig, dass ich hier... Ah. Oh. Ein Fahrstuhl. Hebe mich hinauf. Ist das nicht toll? Ich schwitze gar nicht unter dieser Drecksperücke. Ah. Jetzt haben wir hier noch mehr Zeug. Aber ich muss echt sagen, das Spiel kann man machen. Das ist voll cool. Hui. Üh! Hm. Hm. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Scheiße. Ich muss an dem Ding vorbei. Aber das ist im Weg. Wie komme ich da vorbei? Das ist die Frage. Herr, gib mir eine Antwort! Ach so, ich muss das, glaube ich, einfach nur wegdrehen, oder? Kann ich das machen? Aber das bleibt ja da an der Stelle. Hm. Ich darf halt einfach... Ich muss hier ganz an die Ecke, glaube ich. Nee, nee, ich werde wieder aufges... Nein, ich werde nicht aufgesorgt. Cool. So, jetzt hier rüber. Ha! Hui! Hui! Ah! Okay, Alter! Ich habe es sogar zurückgeschafft. Ich muss erst mal gucken, was ich hier machen muss. Ich muss dahin oder dahinter? Ach du Scheiße. Das ist ja... Das ist ja voll kompliziert. Oh Gott! Üh! Schnell vorbei. Üh! Schnell vorbei. Ha! Schaut er? Ah, ich komme jetzt hier aber nicht hoch. Nö. Jawohl. Easy. So, jetzt muss ich dahinter. Da komme ich da hoch. Ach. Es ist nicht schön, wenn man den Weg im Leben weiß. Ich habe keine Ahnung. Das alles, was wir hier erleben... Pff. Das alles, was wir hier erleben... Uah! Ist eine Prüfung. Eine Prüfung, die uns volle Konzentration abverlangt. Dahinter... Ah! Seht ihr, auch wenn man manchmal verwirrt ist... Man wird den richtigen Weg finden. Scheiße, wo muss ich jetzt lang? Denn der Weg ist in eurem Herzen. Hä? Ah! Ah, okay. Ich muss da hoch? Ah, okay. Da springe ich drauf. Jawohl. Dahin. Und zack. Seht ihr? Der... Perfektor. Der Weg ist gar nicht so schwer. Wenn man sich... Mit reinem Herzen... Auf den Pfad begibt. Bam, bam. Seht ihr, wie ich hier durchspringe, weil ich es einfach kann? Entschuldigung. Ähm. Ich kann das da hinten nicht bewegen. Daran vorbei. Hä? Und drauf. Oh! Ey, Kombinations. Okay. Jetzt dürften wir eigentlich auch hier in diesem Level fertig sein, oder? Oh ja. Die finale Treppe, oder? Ist es die finale Treppe? Ich weiß es nicht. Ich habe da einen vergessen. Das darf nicht sein. Lass nichts auf dem Weg liegen. Nutzt euer volles Potenzial. Und steigt empor. Hallo? So. Entschuldigung. Äh, ich war leicht abgelenkt von dieser wunderschönen Gegend. Ähm. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Wenn ihr eine zweite himmlische Folge sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like da. Aktiviert diese dreckige Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und nicht vergessen, beginne deinen Tag nicht mit den zerbrochenen Stücken von gestern. Jeder Tag, an dem wir aufwachen, ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Bleh. Und... Untertitelung. BR 2018